So, das ist der Jetty, wo jetzt das Boot losgeht. Morgen. Heute geht es mit der Fähre rüber nach Bintan. Nach Bintan, Indonesien. Oh, da bin ich ja gespannt, was es da gibt. Da lassen wir uns überraschen. So Leute, es ist jetzt das erste Mal, dass wir hier mit Grepp fahren. Grepp ist so wie bei uns Uber. Wir verlinken euch das da unten mal und Grepp macht hier alles. Lieferservice für Essen, Taxi, alle möglichen Services und du findest es überall. So, also das hier ist das Jetty. Wir sind angekommen, haben eingeschickt, sind unser Gepäck losgeworden und jetzt wollen wir mal sehen, wo es zur Fähre geht. Wir sind ja mal gespannt, wie das da auf der Insel ist. Und Grepp ist ja auch ganz toll. Gehen super einfach und alles über eine App und ja, ging einfach und wir zeigen euch da unten dann mal, wie es funktioniert. Jetzt geht es auf die Fähre. Wow, das sieht aber schnell aus. Wonderful. Wow, da wird mir ja schlecht. Das sieht ja aus, wie ein Flugzeug hier. Wow, Leute, guckt mal, wie viele Schiffe da warten. Echt? Klik. 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 Wow, Leute. Leute, ich darf hier draußen mal fahren, hat er gesagt. Da hinten ist Singapur. Musik Mal schauen, wo unser Hotel liegt. Auf Bintan, die Insel heißt Bintan. Und hier ist ja gar kein Wasser drin. Was ist das denn? Wird wohl Ebbe sein. Das ist ja gar kein Wasser drin. 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 Ihr wollt das Zimmer sehen? Wirklich? Na dann, auf, auf. Zimmer 105. Zwei Wetten. Großen Schreibtisch. Ein verhältnismäßig großes Zimmer. Großer Schrank. Mit einer kleinen Ausrüstung zum Kochen. Kühlschrank und Safe. Garderobenschrank. Und ein Badezimmer. Besonderheit ist hier, dass es wirklich ein sehr großes Zimmer ist. Wenn wir jetzt wirklich mal Platz für uns haben. Es ist nicht das Neueste, aber dafür dann draußen mit Balkon, also mit Terrasse. AbflBoht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020